Musik Herr Sauter, die Bilanz der Hanse-Merke für 2021 war sehr gut. Die laufenden Beiträge haben die 3,3 Milliarden Euro-Marke überschritten. Das Vertriebsergebnis legt um 16,1 Prozent zu. Über die vergangenen 20 Jahre betrug das durchschnittliche Wachstum per annum 9 Prozent. Was sind die Gründe für diese überzeugenden Zahlen? Ja, ich glaube, das Wichtigste ist vergleichbar mit den anderen Branchen auch. Fokussierung auf den Kunden und auf den Vertrieb und die Vertriebspartner. Und das heißt dann bei uns, wir müssen Produkte machen mit USPs und mit besonders hohem Kundennutzen. Und das haben wir geschafft in der Krankenvollversicherung vor 20 Jahren mit Startfit. Haben wir die Kundenwünsche sehr gut getroffen. Dann haben wir das ein paar Jahre später mit Riester-Meister, der höchsten garantierte Riester-Rentemarkt, wiederholt. In der Corona-Krise waren wir besonders innovativ. Wir waren der erste im deutschen Reisemarkt, der einen Corona-Versicherungsschutz gemacht hat. Das brauchten die Menschen, um wieder gefühls sicher reisen zu können. Das haben wir gleich in Deutschland, Österreich und der Schweiz gemacht. Genauso haben wir uns dann weiterentwickelt, wie letztes Jahr von Cash prämiert in der Hundeversicherung. Und jetzt ganz, ganz neu machen wir eine Krebs-Scan-Versicherung und glauben, dass wir den Kunden und sein Gefühl und was er braucht, wieder sehr gut treffen werden. Und dann ist noch wichtig, man muss das alles verstetigen. Man darf das nicht in einem Jahr machen und im nächsten wieder lassen, sondern man veredelt es immer zu einem besseren Produkt und möglichst einem sehr stabilen Beitrag. Das gelingt uns und deshalb haben wir dann dauerhaft guten Erfolg. Die Hanse-Merkur ist ja im KV-Markt sehr präsent. Sie sind aber auch in den Spaten Risiko- und Altersvorsorge stark. Sie haben eben zitiert, die Bereiche Reise und Freizeit, Schaden und Unfall, da haben Sie auch zulegen können. Würden Sie die Hanse-Merkur eigentlich als Gesundheitsspezialisten mit angeschlossenem Lebens- und Sachversicherungsgeschäft bezeichnen? Ne, so ähnlich, aber anders. Ich würde sagen, wir sind ein Personenversicherer, weil wir denken über die Menschen und ihre Probleme nach. Wir sind Personenversicherer mit Schwerpunkt in der Kranken- und der Spezialität Reise, wo wir uns zum Marktführer entwickeln. Und wir haben dann die Besonderheit, dass wir noch arrondieren mit Sachkomposit und ein fünftes Geschäftsfeld, das Asset Management für uns erarbeitet haben, weil wir auf Sachwert einen höheren Bezug und Wert gelegt haben. Die Vorzeichen haben sich in diesem Jahr ja deutlich verändert. Der Ukraine-Krieg hat die Lieferketten zerrissen. Wir erleben eine galoppierende Inflation. Gas-Spritpreise explodieren. Wir sehen massive Preissteigerungen bei Handwerkern, Werkstätten oder auch bei Baustoffen. Welche Erwartungen haben Sie vor dem Hintergrund für das Jahr 2022? Also die Entwicklungen, so wie Sie schildern, das stimmt, die sind sehr besorgniserregend. Das muss man ernst nehmen. Es gibt eine neue DIW-Studie, in der nach 40 Prozent der deutschen Bürger schon bereits Entsparprozesse haben. Also die gehen an ihre Sparrücklagen ran. Und wir wissen natürlich alle, wenn Menschen entsparen und Sorge um die Zukunft haben, das ist keine gute Basis für Altersvorsorge und Vorsorgebilden, sondern dann neigt man dazu, Vorsorge in die Zukunft zu legen. Und von daher ist es natürlich zu erwarten, dass in der nahen Zukunft 2022, 2023 wir davon ausgehen, dass die Altersvorsorge und die Lebensversicherung schon, wenn sich die Rahmenbedingungen nicht ändern, mit Schwierigkeiten rechnen muss. Sie haben mit Krebsscan, Sie haben es ja gerade erwähnt, eine neue Zusatzversicherung auf den Markt gebracht, zur Krebsfrüherkennung. Was ist das Besondere an dem Tarif? Und wen wollen Sie damit ansprechen? Ja, dann warum haben wir es gemacht? Was war das Ziel? Ziel, krebsfrüh zu erkennen. Wie funktioniert es? Man nach den Bluttropfen, an den Bluttropfen entdeckt man bestimmte Enzyme in einer bestimmten Gewichtung und je nachdem, wie das dann ausfällt, fällt er positiv aus oder negativ. Falls er positiv ausfällt, kombinieren wir das mit den besten bildgebenden Verfahren, die es zurzeit am Markt gibt, mit PET-CT und MRT und lokalisieren dann den möglichen Tumor. Ja, was bewirkt das? Das bewirkt, dass für heute etwa nur 45 Prozent der Krebserkrankungen Vorsorgemaßnahmen existieren und für 55 Prozent nicht. Das heißt, es werden auch Krebse, Tumore identifiziert, die bisher gar nicht ein Vorsorgeprogramm existiert. Und zweitens, wir können das Produkt wirklich allen Erwachsenen schon ab 18 Jahren anbieten. Und ich glaube, das kann den Gesundheitsbereich und vor allem diese Vision Vision Zero, des letzten Gesundheitsministers, wirklich einen Schritt der Verwirklichung näher bringen. Was sind die Gründe für die Stärke in der Sparte und wie steht es denn mit der Attraktivität im Zusatzversicherungsgeschäft KV? Die Stärke ist, wir schneiden die Produkte wirklich stark auf die Zielgruppen zu. Das heißt, wir versuchen zu verstehen, was wollen die Menschen wirklich, wofür sind sie bereit, Leistung zu bezahlen und was könnte man weglassen, um Geld zu sparen. Und dieses sehr, sag ich mal, kundenspezifische Pricing führt zu einem sehr guten Preis, ein tolles Preis-Leistungs-Verhältnis. Und dazu kommt natürlich, wenn ich dann die richtigen Gruppen selektiere und die gut Antragsprüfung durchführe, dann kann ich eine viel bessere Verstetigung der Beiträge bekommen. Und genau das ist uns gelungen. Wir haben tolle Preise, tolle Leistungen für die richtige Zielgruppe und dann eine sehr starke, gute Verstetigung der Beiträge mit geringen Anpassungen. Das ist das Erfolgsrezept im Kranken-Vollversicherungsmarkt. Im Kranken-Zusatz-Versicherungsmarkt sind wir auch sehr, sehr gut unterwegs. Wieder der Grundsatz derselbe, Produkte auf die Zielgruppen top zuschneiden. Nur, dass wir dort auch über unsere Vielfalt, all unsere Vertriebspartner und Vertriebswege den Markt noch, sag ich mal, breiter erschließen können. Und deshalb, unser Erfolgsrezept dort liegt auch in der sehr breiten Aufstellung der Vertriebspartner. Herzlichen Dank. Danke auch für das Gespräch. Danke auch für das Gespräch.